Yo Freunde, herzlich willkommen zu Splitscreen in Infinite Warfare, das ist das erste Mal IW hier auf meinem Gaming-Kanal und ich bin unten unten, ich bin unten, ja. Ey aber die haben diese schwarzen Dinge weggemacht, weißt du was? Ja stimmt, bei Black Ops Dragon haben wir so schwarze Teile, gell? Ja ist ja richtig, hier die genug zu mir jetzt. Viel Gegner gerade nur, aber egal, hoffentlich joinen noch welche rein. Okay komm, ich lauf über die A, B und die Seite. Anton ist oben, ich bin unten, die Leute. Ja, die Empfindigkeit ist jetzt wieder geringer, ne, wenn ich Splitscreen. Ich fühle mich sofort, als ob ich schwebe. Boah, einer ist da im Headglitch bei mir. Ich hoffe es ist für euch nicht zu viel Action. Du bist der grüne Pfeil, ne? Ja, ich bin der grüne, ne? Da ist einer unter dir, hab ich. Nice, ich pushe jetzt in den Sporn rein. Ich komm hier eigentlich schön von... Na, was? Er gibt mir Shotgun. Ich geh noch mehr von mir. Der Level 1, er gibt mir Shotgun. Was? Mir auch! Ich hab grad eben noch, das musst du reinschneiden, Massi. Ich hab grad eben noch ihn aufgelacht. Er denkt sich so drauf. Er ist richtig hyped jetzt auf das Spiel. Er denkt sich so, das ist mit meinen Ja. Ja, Mann. Oh, das sind alle. Er denkt sich, er qualifiziert sich. Wow. Wir sind so viele. Boah, ich hab zwei Leute. Nice. Ich glaub, du warst auch bei mir, du warst nicht bei mir. Doch, doch. Ich bin neben dir. Du siehst ja, ich bin der grüne Pfeil auf dem Radar. Ja, aber du bist doch weit weg. Ich hab aber schon ein gutes Aim. Ja, ich hab aber schon ein gutes Aim, ne? Da ist noch einer bei dem ganzen Ding. Na, am Aim-Stick. Alter, Digga, auch nicht. Nein, hinter mir noch einer. An dem Turm da. Na, ich buche ihn. Aber die Map kennst du ja sogar. Ein bisschen, ja. Oh mein Gott, hab ich grad gejoked, Leute. Das ist grad echt komisch, Mann. Ich kenn ja das Spiel. Hier ist noch einer. Das war echt ein bisschen fremd. Ja, Aim geht eigentlich. Ich konzentriere mich aber auch. Ja, mega. So, jetzt sollten die hier... Die sind alle mid-mapped, ne? Ja. Wow. Andere zu rechts außen. Haben wir ihn. Ich glaube, wie geht's eigentlich? Boah, einer ist hier in der Ecke. Oh! Oh mein Gott, ich hätte ihn so geraped. Ich hab ne Drohne. Okay, schön. Wir hauen raus. Sind alle da hinten gespawn? Nein! Ich hab gejoked. Ich hab gejoked. Okay, fresh. Was ist das für ne Waffe? Wollen wir eigentlich 1000 Kill dann machen? Nein! Wieso? Ja, können wir auch machen, ja. Mit Hunde bestrafen, oder was? Das kommt jetzt schon sehr plötzlich gerade. Aber gucken wir einfach mal, okay? Ich hab... Was hab ich hier überhaupt? Was ist denn das? Ich hab noch Kinetic. Was ist das? Das ist ne... Fassi klar. Achso. Ich steh in so nem schlechten Spot, Leute. Ah, hier ist einer. Nice. Boom. Oh, ich hab so geraped mit Kinetic, ne? Oh, ich hab noch raped. Spawn und Deal, hallo. Ich glaub bei mir hier. Ich sollte eigentlich jetzt echt ne gute Pose haben, Leute. Ja. Einer ist da. Alter, dieser Sprung ist geil, Leute. Das muss ich sagen. Einer ist in die Züge, glaub. Dieser... Digga, das ist wieder ein 1er, gell? Nein! Ich hab auch so ein bisschen gejoked. Und wie Kills haben wir eigentlich? 11, du hast 12, okay. Okay. Ja, das ist falsch. Ja, lasst Kills. Ist ja auch ganz spannend. Kicks, Killer. Masti, hast du gehört? Ja. Lass machen. Ja, 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 ja. 43. Ein ganz spontanes Kill-Duell. Ja, Mann. Mit Bestrafung sogar, Leute. Masti hat immer noch nicht die Hundescheiße gegessen. Hundescheiße. Nein, Hundescheiße. Diese Leckerlis da. Ich muss jetzt... Okay, ich zieh jetzt meine Synapsen oder wie das heißt. Und damit kannst du übelst viele Kills machen. Ich weiß. Nein. Wenn ich mal sehe wo die Hundes sind. Hier ist einer. Wo sind sie? Draußen. Warte, ich hau Drohne raus. Fuck. Einer ist da oben. Komm. Warbang. Connected nicht. Wtf. Ja, wenn ich den rape, ne? Oh, schade, Alter. Wo schieben die hier nicht? Zwei sind da, außen, Leute. Schien-Shit-Seite. Nein. Guck mal, sie absolut. Da habe ich hier Kittasen. Ist er mir wieder? Ja, du hast auch 16. Scheiße, Digga. Ich hau hier schnell Asika raus. Nein, nein, nein. Der hat ja perfekt geklaut. Fuck. Wo, wo, wo? Nein, er snipe oben auf die Zügen. Nein, ich kriege ihn nicht. Oh mein Gott, was macht Kekskiller da? So ein scheiß Nachtscheiner, Mann. Nein, stirbt doch. Digga, ich kriege keine Kills gerade ab, Mann. Echt gut angefangen. Oh mein, ich habe fast Turner vom Level 1 bekommen, ich schwör. Kekskiller. Jawoll, jetzt wieder ein paar Kills. Ahhhh. Da kommt er. Oh, nice. Fuck, 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 Mann. Ich merke schon. Nein, Shin-Shit, Shin-Shit. Zwei Stück. Oh, ich kann die vielleicht direkt holen. Oh nein, die sind bei dir. Das sind noch nur zwei Kekskiller. Oh, ihr rollt schön. Ich habe heute gestruggled. Du hast mit mir... Nein, das ist noch einer. Oh nein, ich... Ah, das ist Teleg. Cheers, cheers. Ich muss aufdrehen. Ich glaube, die kann jetzt... Ich glaube, die kann jetzt... Ah, ist der eine? Okay, noch eins. Noch einer. Nice. Three-Piece. Kinetic so behindert eingesetzt. Ich glaube, wir sind hier bei uns. Ja, links zwei. Ah, beide one shot. Einer mindestens. Einer habe ich. Der andere war so weak. Der andere ist im Haus. Boah. Ich kann glaube ich nicht viele Kills machen. Nein! Oh Gott, Glück gehabt. Dieses Außenkirchen. Mein Gott, Mann. Nein, Teammate. Okay, Type habe ich. So. Nein, woher sind die jetzt? Scheiße, da kommt einer. Wow! Ah, Teammate hat sich so geopfert, finde ich. Danke, Mann. Ich muss mal wieder einen Kill nach fünf Jahren. Ah. Okay. Ja, zwei Kills habe ich mehr. Zwei nur? Drei. Jetzt habe ich Versänger. Jetzt habe ich Streak. Auch schon? Ah, das ist scheiße. Ah, das ist... Ich glaube... Die sind alle hier, oder? Hinter mir. Ja, die sind echt hinter dir. Mann! Nein! Oh mein Gott, Teammate blockiert mich, Digga. Ich wollte unbedingt den Warden irgendwie erreichen. Ja, drei Kills ist... Ja. Also, wenn das nach normalen Umständen zu Ende läuft, dann sollte ich's eigentlich gewinnen. Seit Masse macht absolut Vorfuß. Letztens KSG killed, also so gechokt gegen was sei denn. Drei Kills geführt, er macht noch nur noch Kills. Nein, Mann, 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 Mann. Ich laufe sogar nur hinter... Ach, kein Kassler. Nein. Nein! Zwei, zwei, zwei. Du kannst es schaffen, ne? Du brauchst drei Kills. Und, drei, zwei, drei. Nein! Nein! Oh, wegen... Nein! Nein! Ich hab einen in den Sparkle! Nein! Du hast einen Kill mehr, Digga! Nein! Nicht killen Skalavius! Was? Was? Nicht killen Skalavius! Oh Gott! Ich hab noch geend! Was? Totentscheiden! Ich hab den 99. Kill noch gemacht, ne? Ach, fuck, Mann. Okay, Alter, war das spannend. Fuck, Alter, muss ich jetzt mehr auch gönnen, oder was? Ich hab mal aus Augenblick gesehen, dass du so tuffest. Ist das so ne Regel beim Kill-Duell-Tode-Zingen, wenn man gleich hat? Ja, also ist echt so. Okay, okay. Ja, gut, Leute, ich würd sagen, Bestrafung, oder? Wo ist das? Warte, ich hol's schnell. Gib mir auch das, was du hattest, dieses Orangen, das Kaninchen, oder was das war. Fuck, Mann. Machst du auf jeden Fall schon mal einen Like da, Leute? Ich ess hier Hundefutter, was ist das für ein Leben, Mann? Ich weiß übrigens nicht, welche Farbe ich vorhin hatte. Ich weiß, welche Farbe ich vorhin hatte. Das ist die Helle. Boah, das stinkt so ab, Mann, ne? Schon blastend. Und gleich, Pablo, selber auch. Ja, okay, hier, Leute, ich hab, ich glaub, Rind hab ich. Boah. Der Nachgeschmack ist halt das Schlimmste. Ach. Hast du noch gespuckt vorhin? Nein, 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 ich hab ausgespuckt. Irgendwann kommt der Moment, man muss einfach zum Waschbecken. Okay, ich würd sagen, Leute, ich hoffe, euch hat das Speedkill-Duell gefallen. Wir haben auch ein Video gestern für mich aufgenommen. Auch ein Speedkill-Duell. Checkt's auf jeden Fall aus. Raut rein. Bis zum nächsten Mal. Abonniert euch.